In Lebensmitteln hat Mineralöl ja eigentlich nichts verloren. Trotzdem finden Tester immer wieder Rückstände in unserem Essen, weil das Öl in Verpackungen aus Altpapier steckt. Ein Labor aus Zürich untersucht deshalb, wie eine Verpackung beschaffen sein muss, damit sie unschädlich ist. Eigentlich sollten Verpackungen Lebensmittel vor Verunreinigungen schützen. Doch vor 5 Jahren wurde publik, dass in Lebensmitteln, welche in Kartons aus recycelten Zeitungen verpackt waren, Mineralöl-Rückstände steckten. Diese möglicherweise krebserregenden Verunreinigungen stammen mehrheitlich aus der Druckerschwärze der Zeitungen im Altpapier. Nachdem der Skandal publik wurde, ersetzte die Lebensmittelbranche die Recyclingkartons weitgehend durch Kartonverpackungen aus Frischfasern. Doch damit ist das Problem nicht gelöst. Denn um Frischfaserkartons herzustellen, braucht man viel Holz, Wasser und Energie. Aus ökologischen Gründen sind Recyclingkartons also nach wie vor erwünscht. Die Industrie sucht deshalb nach effektiven zusätzlichen Barrieren. So werden Beschichtungen entwickelt, die auf der Innenseite der Kartons aufgetragen werden. Andere Option, die Lebensmittel sollen mit Innenbeuteln vor Verunreinigungen geschützt werden. Im kantonalen Labor Zürich. Hier in der staatlichen Prüfstelle testet der Analytiker Konrad Grob mit seinem Team, wie gut neue und alte Barrieren funktionieren. Sie haben auch das Verfahren entwickelt, womit sich Mineralölrückstände messen lassen. Und sie konnten inzwischen nachweisen, dass auch noch andere unbekannte Fremdstoffe aus der Verpackung in die Lebensmittel übergehen. Diese Analytik zeigte sehr drastisch auf, dass da eine Vielzahl an Chemikalien vorhanden ist. Deshalb muss man schauen, dass ein Übergang aufs Lebensmittel nicht stattfindet, z.B. mit einer Barriere. Die Analytiker untersuchen aber längst nicht nur, wie wirksam eine Barriere ist. Sie eruieren zudem, wie die neuen und alten Verpackungen genau aufgebaut sind. 100 Materialproben haben sie während der letzten drei Jahre systematisch untersucht. Zuerst zu den Innenbeuteln. Nicht jeder Kunststoff schützt automatisch vor Fremdstoffen. Das ist ein Polyäthylen vermutlich, weich. Das ist ein härteres Kunststoffmaterial, etwas milchig, sieht ganz anders aus, könnte aber ziemlich dasselbe sein. Das ist ein dickeres Material. Woraus es besteht, wissen wir so auch nicht. Also so zu entscheiden, ob das eine Barriere enthält oder nicht, ist nicht möglich. Das müssen wir mit instrumentellen Methoden entscheiden. Zu diesem Zweck wird die Beschaffenheit der Folie analysiert. In einem ersten Test untersucht die Laborantin die Oberflächen der Proben im Infrarotscanner. Mittels Vergleichsspektren kann sie bestimmen, aus welchem Kunststoff das Oberflächenmaterial besteht. In einem weiteren Test geht es um den Innenaufbau der Folie. Unter dem Mikroskop kommen im Querschnitt ganz unterschiedliche Schichten zum Vorschein. Man muss sich vorstellen, das ist hauchdünn, also sehr stark vergrößert. Und dann sehen Sie, dass wir da zwei relativ dicke Schichten haben und im Zentrum tatsächlich eine dritte Schicht. Und diese Schicht interessiert uns nun, ob das jetzt eine Barriere ist oder nicht. Reicht eine einfache Folie oder braucht es komplexere Schichten, um die Lebensmittel zu schützen? Jede Schicht bringt irgendeine Eigenschaft, die der Hersteller haben will. Zum Beispiel Zugfestigkeit oder Feuchtigkeitsbarrieren oder Barrieren eben in unserem Sinne gegen Verunreinigungen aus Recyclingkarton. Der zentrale Test besteht darin zu prüfen, ob während der Haltbarkeitsdauer der Lebensmittel Fremdstoffe von der Innenseite der Folienmuster auf ein Silikonpapier übergegangen sind. Die Analysen dienen mitunter dazu, Guidelines für die Industrie zu generieren, um sichere und ökologische Lebensmittelverpackungen kostengünstig zu produzieren. Nach Auswertung der Samples im Gaschromatographen resultiert eine Hitliste der Kunststoffe mit den besten Barriere-Eigenschaften. Auf den ersten Plätzen sind PET, Polylactat, Polyamid und Cellophane. Diese können Lebensmittel bis zu drei Jahre vor dem Eindringen von Fremdstoffen schützen. Die Nachteile sind zusätzliches Verpackungsmaterial und mehr Abfall. Die Alternative dazu könnte beschichteter Recyclingkarton sein. Bei diesem aufwendigen Experiment im Papiertechnischen Institut in München besteht die Barriere aus einem hauchdünnen Stärkefilm. Das Prinzip, das wasserabstoßende Mineralöl trifft auf wasserlösliche Stärke. Die unterschiedlichen Moleküle bilden so einen undurchlässigen Schutz, wie der Öltest zeigt. Doch bei der Verarbeitung treten noch Probleme auf. Eines ist der Verschluss unten und oben in einer Schachtel. Denn diese Verschlusskappen, die reichen ins Lebensmittel hinein. Und dann haben wir weitere Probleme, die entstammen daher, dass die Kartons vorher aufeinander gelagert werden. Die Kartons müssen gerillt werden. So könnten diese Beschichtungen beschädigt sein. Diese Probleme hat die Industrie noch nicht im Griff. Deshalb gilt vorerst, nur bestimmte Innenbeutel schützen Lebensmittel in Recyclingkartons sicher vor Mineralölrückständen und anderen Fremdstoffen. Für uns Verbraucher ist das natürlich ein Problem. Denn beim Einkaufen im Supermarkt sieht man der Verpackung nicht an, ob sich Chemikalien durchlässt oder nicht. Besonders anfällig dafür sind übrigens trockene oder sehr lang haltbare Lebensmittel. Bei Tiefkühlprodukten müssen wir uns weniger Sorgen machen. Weitere Informationen und aktuelle Studien zu den Problemen finden Sie bei uns im Internet auf nanodem.de.